Musik Yo Leute, willkommen zu einem neuen Trainingsvlog. Ich bin heute in einer neuen Halle, also für mich in einer neuen. Die gibt es schon lange, aber ich war hier noch nie trainieren. Und die Halle ist einfach heftig. Guckt euch das mal an, wie riesig die ist. Hier gibt es so viele krasse Sachen. Und, das ist noch nicht alles. Hier ist die zweite Halle, der zweite Teil von der Halle. Mit einem Tramp in die Grube rein. Und noch lauter krass und Zeug. Ich muss erst mal klarkommen auf die ganzen Möglichkeiten hier und mir das alles angucken. Musik Wenn ich mal aus dem Laufen mache. Das ist toll. Musik Okay, genug Trampolin, jetzt an die Stangen. 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 Hat Spaß gemacht, habe ich vorher noch nie gemacht oder geschafft. Und jetzt stretch ich mich noch ein bisschen aus, dann geht's nach Hause und schlafen. Ich habe noch ganz schön Muskelkrater von der letzten Trainingssession, deswegen mache ich heute ganz entspannt ein bisschen Sport und spiele eine Runde Tennis. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass ich echt schlecht Tennis spiele. Aber mir macht es auf jeden Fall Spaß und das Gute, um ein bisschen entspannt sich auszupowern, hin und her rennen und morgen trainiere ich dann wieder richtig.